also das idol zu stehlen ist aber schon eine mutige sache ja ja wenn ich alle drum herum ja ich glaube mit Apikos habe ich nicht geredet ne äh Apikos ist was hat jetzt ein Vogel das sagt okay ich bin ein Truin und habe es sicher ein rechtes zu wissen ich habe immer noch nicht das was mir den Vogel macht Okay, also wir sollen Vielleicht müssen wir wirklich erstmal ihn finden Schütze das Ritual den Hain nicht Das Ritual ist Korgas' Entscheidung, aber sie ist nicht unser Lieder Master Helsing hat die Flüchtlinge in den Hain Ich warte für ihn, das zu lösen Okay, das macht Sinn Okay, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt einfach erstmal zu den Gnollen Hauen den vor den Kopf Und dann suchen wir Haslin Ja, und die drin sind drei Gfests, ne? Ja, das ist einfach nur ein Tor, glaube ich, zum nächsten Gebiet Also zu einem anderen Gebiet, glaube ich, einfach, weißt du? Ja, aber da stehen drei Quests auf der Karte, wenn du guckst Hinter dem Tor Ach, wir müssen ja nach Arabella suchen, stimmt Ah, oh Oh Gott Snack, Snack Bitte Ich bin sorry Das ist Wahnsinn, Korgas Sie ist nur ein... Ein was, Rath? Ein Thief? Ein Zutat? Ein Schreck? I will imprison the devil And I will cast out every stranger Boah, ich wünschte, ich wäre vorgegangen Boah, der ist ja instant sympathisch Ich wünschte, ich wäre vorgegangen als Tiefling Die Hilflosen zurückzuweisen heißt Silvanus zurückzuweisen Ach, Fundamentalisten Die Parasite lives Die Parasite lives Sie eats our food, drinks our water, then steals our most holy idol in thanks Rath, lock her up She remains here until the rite is complete And keep still, devil Teela is restless Come on, Koga We took back the idol Surely Do it Oh Ähm Boah Ich meine, mit dem obersten hast du natürlich Am meisten Chance, ne? Schau mal auf alles Vorteil Ja, aber damit hast du nochmal plus zwei Und bei den anderen hast du nur plus eins Ja, aber nur nach Meta gehen Was findest du am besten? Hm Find den gut Ich glaube nicht, dass sie großmütig ist Ja, ich kann's versuchen Oh Gott Ich seh den Wurf nicht Ich auch nicht Ich kann dir auch keine Inspiration geben 10 von 10 Metz, Bonnie Also geschafft, oder? Ja, ja, überhaupt geschafft Das ist eine richtig nette Ja, sehr nett Ah, das ist eine richtig nette Druide Also ich glaube, es war gut, dass ich vorgegangen bin Ja Ja Wir verpaaren das? Im Druidenheim, dass der Druide vorgeht? Ja Warkald hätte sie wahrscheinlich eins wieder gebaut, oder so Ja, das kann sein Willst du die Tafeln hier anklicken, oder? Vielleicht ist da Druidenwissen, oder darf ich? Da, 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 ja, mal schauen Wir lassen sie einfach wegziehen Sie ist ein Kind Ein Dävlingskind Ein, der versucht, uns zu spüren Oh, da ist ein Dialog Guck, das hätte ich wahrscheinlich nicht erkannt Guck hier auch auf eine Du hast noch mehr, du hast noch mehr Tafeln gesehen Ja 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 Ja, habe ich nicht verstanden Ich glaube, es ist eine lokale Folktale, vielleicht Hmm Ich bin zu doof Ich kann mich sehr darüber reden, das okay wow dass wir dich dabei haben ja sehr dunkle vorzeichen da liegt noch ein logbuch da sind tiere das auch das ist alles vor hinter heißt die ratten und rennen die wollen mit mir reden wie unhöflich die alle sind wer hat sich gequält in der tajan lektion wer dann wird flex but ok oder hinten ist noch tafel union warum ist tafel gefallen rot sie ist verboten hier anzuschauen die tage sind die battle die munra die marken der schwarze 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 da kennen wir doch jemanden ok union interessant in darkest hour a concord made twixt harp and wild against the shade harp and wild you recall stories of an alliance between druids and the harper's but the details are vague oh weiser oh du bist du inspiriert von meiner weisheit wegen wissen ne weil ich bin doch adept ich stehe doch auf wissen und sowas ja genau das ist so cool das ist so cool ich mag das spiel so gerne wie viele inspirationen wir jetzt wohl schon langsam haben lohnt sich echt mit allen zu reden wir haben das recht zu defendern also das ist was du willst um ein paar Menschen zu töten ich will nicht jemanden zu töten aber ich lasse diese grove nicht zu töten nicht wieder guck mhm nur ein Liner aber das echt fast alle NPCs vertont sind ne äh das ist schon krass was heißt fast alle na der eine junge war stumm der hat um mhm gemacht ja gut aber hat was vertont das stimmt das ist ne weidentruhe die wir öffnen können uuuuuh oh god kata steht heiligthema gar nicht kratsch kata geht in die kirche und klaut erstmal ja natürlich ähm dialog ja ja und wenn es nicht getan hätte was wäre dann geschehen wer ist der wahre anführer ja ja master halsin perhaps goblin called perhaps dead he'd said mistress corga back in line hold her to task stop this damn ritual more will die if the right is finished so many more sent into a world gone mad das muss man den lebend bringen auf jeden fall auf jeden fall wenn jemand halt gesucht könnte ich das tun would you i would give anything to see house in return home ha kein sauer ja kein sauer ich werde ihn finden Ein tiefes Elf. In unserer Hälfte. Auf diesem Tag. Ein Zeichen. Oder eher ein Geschenk. Oh nein. Ich glaube, dass man auf Klass dahin glaubt. Ich mag die Königin der Spinnen nicht. Frei von Hälften. Frei von Intrudern. Ist das ein Drogenritual? Solche Magie habe ich noch nie gesehen. Oh, Wandwand. Das habe ich bei My Little Pony schon mal gesehen. Sie sind immer viel vor, als auch nicht geschützt. Bin ich froh, dass wir dich dabei haben. Ich möchte mal darauf hinweisen, dass ich nicht wusste, dass sie Deroiden sind. Also es war kein Meta. Ja, ist gut. Es wird wahrscheinlich für alle Klassen irgendwo eine passende Stelle geben. Ja, klar. Ihr verstoßt die Unschuldigen. Ihr bringt Schande über euren Orden. Eine Krankheit der Blumen muss nicht die Strecke erreichen. Die Strecke, die Strecke, die Strecke, wenn du musst. Aber die Strecke, bevor die Strecke infektiert wird. Die Zeichen des Böses, Vater. Glaubst du? Ja, aber das sind doch keine... keine... Ja, ich glaube das letzte, oder? Ja. Aber das ist, ich meine, was ihr meint, sind eher die Goblins. Die müssen rausgeschnitten werden. Ja, Worte, die ihr z.B. für die Entwicklung eurer Grausamkeit verdreht. Oh. Oh. Angreifen. Ha 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 גute Idee. Ahhhh... Ja, jetzt sollte ich von uns hervorheben, ne? Jetzt sollte es schon mal extravler reden. Ich wollte es mal extravler reden. Boah ist sie unsoplatisch. das hätte wahrscheinlich auch nicht jede klasse gekriegt ich erinnere mich an die lektionen das heißt auch wieder verschiedene ansätze wie man das lösen kann wahrscheinlich auf jeden fall ist das geil willst du da auch vorgehen das ist wahrscheinlich auch sinnvoll auf jeden fall geht unser netti doch eh dünn gemächer äh witzel vogel nun kata steckt sich schon wieder sachen ein was ich mache gar nichts Ah, tut mir leid, ich wollte mich spüren. Oh, was soll ich denn nötig sagen? Ah, kontrolliert die Gefahr. Ja, es geht mit ihr jetzt. Leben oder Tod. Jetzt, was? Drow, letzte Mal gesehen habe ich einen von euch, hat er versucht, mich öffnen. Ich hoffe, ihr seid mehr gegenseitig. Hm, das kommt drauf an, wie gut sind eure Heilkünfte. Es ist gut genug, um zu sagen, dass es nichts natürlich falsch ist mit dir. Ein bisschen schmerzt, vielleicht. Aber wir sind alle ein bisschen schmerzt. Ich sage es mal schonungslos, ich habe eine Larve im Kopf. Ein Tadpole? Ein Mindflayer-Tadpole? Aha. Quack! Gibt's nur noch andere? Mir ist ja kein Frosch ins Auge gehöpft. Das ist... ... eine seriöse Kondition. Komm, folge mir. Ich könnte mir helfen. Wir müssen hierher sein. Also, ich meine, man kann ja noch uns einfach mit einem langen, blühenden Stock durch die Nase hoch... Hahahaha. Ich hab mal gehört, das hilft. Hahahaha. Guckt mir jetzt erst bei euch an. Mhm. Entkla... Ich hab gerade nicht entklagen Biologi... Oh, cool. Zerlegter Drow vor allen Dingen. Ja. Nicht über ihn, aber er hat den Master Halsen und ich in den Wald gebetet. Er braucht einen Pack von Goblinen. Der Tadpole hat sich kurz danach aus der Kopf herausgekriegt. Er und ich haben den gleichen Parasiten. Sieht so. Gibt Master Halsen einen richtigen Start. Ja, sehr gut. Bitte weit aufmachen. Das ist deshalb, dass er die Spazierer auf ihrer Expedition mitgebracht hat. Um herauszufinden, was passiert. Ich... Ich hab mich anstatt, dass du mich anstatt ihn. Er versteht diese Dinge. Sie hat sie studiert. Sieh? still... Wir haben Möglichkeiten. Du musst nicht hier für das sein, okay? Lass uns sehen, was wir tun können. Das könnte. Aber das geht erst mal. Sag mir über deine Symptome. Habt ihr gesehen, dass es etwas strange passiert ist? Schau dir näher, du kennst die Branche. Und es ist keine druidische Kürze. Sie schiebt Kalimvor, ein Brieger aus der Daillands und ein zerstörer Schmerz. Das möchte ich ganz kurz sagen. Äh, was soll das? Ich bin hier, weil ich Hilfe brauche. Ich will dir helfen, aber ich kann nicht, wenn du mit mir arbeiten. Also, hat nichts Ungewöhnliches passiert hier? Sind wir offen oder nicht? Ob die ersten? Drei sind alle richtig, ne? Ich frage es halt, ob wir offen mit dir sein sollen. Ja, wieso nicht? Weil es ihr Gift in der Hand hält. Naja, aber ich sag mal so, Desinfektionsmittel oder Antibiotika ist auch Gift. Ich kann meinen Verstand mit den von anderen Infizierten verbinden. Die Verständnis können sich mit den anderen identifizieren. Nicht, dass die anderen natürlich ihre Verständnis kennen, natürlich. Wie hast du das Parasite? Halson war bereit, wo alles passiert. Auf einem Schiff? Ich hab nur weiter. Äh, ja, eins ist auf einem Gedankenschünderschiff. Ich wurde infiziert. Ähm, ich weiß es nicht, ich bin einfach damit aufgewacht. Ihr stellt aber viele Fragen und legt die Dornen weg, dann sage ich es euch. Also, mein eins ist das Ehrlichste. Das ist eine gute Frage. Aber Master Halson war sicher. Schau. Warum ist das jetzt so? Ja. Eine gute Frage. Du bist gefährlich. Wenn du hier transformierst, dann sind wir alle tot. Aber du siehst wie eine gute Seine. Du wirst eine Chance, sich zu retten. Danke. 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 Ich hoffe es. Ich wünsche dir die Menschen. und niemals eine Mindflayer-Infektion gesehen haben. Dann plötzlich gibt es viele von euch. Vielleicht mehr. Master Halston und ich trafen sie, studieren sie, versuchen zu herausfinden, was in der Hölle passiert ist. Denn du solltest alle verändern. Es sollte ein kleiner Armee von Mindflayern sein. Aber du bist nicht. Weißer Macht, du siehst perfekt normal. Welche seltsamen Fähigkeiten? Dass wir Gedanken verbinden können. Ach so. Oder? Ja. Was meinen Sie, welche Veränderungen zu erwarten sind? Mindflayern produzieren, indem sie jemanden mit ihrem Parasite infektion. Sieben schrecklichen Tage später. Die Verkrankung transformiert und ein neues Mindflayern ist geboren. Das Ding in deinem Kopf? Es ist anders als alles in unseren Rekordern. Es ist sicher einer ihrer Wärme. Das ist sicher. Aber dieser gibt dir Macht. Telepathische Verbindungen. Und es wird dich nicht in einer dieser. Noch nicht. Auf jeden Fall. Du sagst, er verfolgt noch andere Opfer. Haben sie es verwandelt? Hard to say. But there is a lot we don't know. Infected. Folks like you. Have been converging on an old temple of Saluna. And I've no idea why. When Master Halston heard the adventurers were heading that way. He saw a chance to get answers. Joined on the spot. Whatever he found there. He didn't make it back. Okay. Ihr meint, er lebt noch. I think so. I hope so. I've sent birds to find him, but they can't get close without. Goblins trying to shoot them down. You though. You're one of them. Technically speaking I mean. They won't kill someone carrying their power site. If you can find Halston and get him out of there. We can just go. I'm sorry. And maybe you can save your life. Thank you. How's that sound? Also good. I'm looking for Halston. Thank you. It would mean everything to the group. To me. I wish I could tell you more. But only those adventurers know what happened out there. All I can say for sure. Is the all went to the old temple of Saluna. And Master Halston didn't make it back. Good luck out there. And if things start to go bad. Remember the vial. Remember your oath. Okay. One step at a time, Nettie. Come on. Hui. Das war viel. Ja. Das war viel. Viel. Oh nein, die Bücher sind alle... Kann die Bücher nicht lesen? Doch, mit Rechtsklick lesen, ohne sie aufzuheben. Aber... Wirklich? Ja, ja. Lesen darfst du. Das darfst du nur nicht mitnehmen. Ahh... Tatsi, Tatsi! Oh Gott. Was weiß ich nicht? Das ist ein Rot. Ja, wenn's Rot ist, das... Ja. Vielleicht keine gute Idee. Oh. Das ist eine... Das ist auch eine Stein-Tranke. Sieht aus wie Hellsins unser bestes Bett für eine Kür. Ich fasse hier nichts an. Mhm. Okay. Sagt, wenn ihr was Spannendes lest. Ist einfach nur bisher normale Texte. Okay. Oh, Herbstkurs. Ich halte ein Tagebuch von... Heilsinn. Oh, hier ist ein... Exemplar von so einem Parasiten. Mhm. Mhm. Iiiiiiii... Ob sie was dagegen hat, wenn ich mir den seligten Draw anschau. Ist er Rot? Äh... Ja. Ja. Aber man kann ihn untersuchen. Er ist tot. Ja. Er ist tot, Stim. Lolz ergebene Draw. Soll ich mal mit ihm reden? Oh, du kannst mit Toten reden, ne? Du kannst... Ich kann mit Toten reden. Warte, ich mach die Tür zu. Ich mach die Tür mal zu. Äh... Wo ist der Schalter für die Tür? Ich weiß es nicht. Hier ist eigentlich magisch aufgegangen. Okay. Ich rede einfach mal mit ihm, ne? Ja. Viel Erfolg. Soll ich vorher... Okay. Sieht ihr denn die Dialog? Ach, die kennen wir ja. Okay. Seit wann? Okay. Seit wann? Türme, Mundaufgang, Initiation. Okay. Nein. Nicht? Oh. 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 Weiser Grafenwisserer. Woo. Du hast den richtigen Feed für dich gewählt, glaube ich. Ja. Aber die identifizieren sich gegenseitig... Ja. Die identifizieren sich selbst als Anhänger. Ja. Oh Gott. Cool. Oder so. Ich finde, das ist ein fantastischer Zeitpunkt, wenn wir Schluss machen. Findet ihr nicht? Ich hab ein Buch über Gegengifte gefunden. Oh. Das ist noch gut. Schließ mal rein. Ähm. Ja. Äh. Das fand jemand nicht so gut. Das fand ich sehr gut, Mann. Soll ich das gelesen hab? Ja. Ja. Sympathie minus 5 stand da jedenfalls gerade. Stimmt nicht wegen mir. Nein. Nein. Es wird's nein. Vielleicht, weil ich mit den Toten gesprochen habe. Ich rede mal mit dem Schöpfungsvogel. Aber er hat mir gesagt, ähm... Nicht jeder... Oder schreibt dem das Motto, was ist... Meins ist eins. Oh. Okay. Habe ich irgendwas, was gegen Erschöpfung hilft? Ich weiß nicht, was Erschöpfung ist. Du bist erschöpft, weil du zu selten gerastet hast. Es gibt sechs Erschöpfungsstufen. Nach einer langen Rast verlierst du eine Erschöpfungsstufe. Nee. Kannst du nicht heilen. Muss ich nur ausruhen. Hm. Na gut. Ja, sollen wir doch raus aus dem Heinen und dann aufhören? Oder? Ja, ist das egal. Oder? Wollen wir machen? Wir haben hier unten noch mal mit einem geredelt. Warte mal, hier ist... Stelle Nachforschungen zu ihr ein. Wir müssen hier noch den Smaragdheim untersuchen. Offensichtlich. Ja, dann machen wir hier nächstes Mal weiter. Ja, wegen, äh... Echt Quarkers Motiv. Achso, das ist wahrscheinlich, wenn du hier rumschleichen und heimlich gucken willst, ne? Ich weiß nicht, ob man heimlich gucken mag. Schleiche, schleiche. Ja, weil alles rot ist, meine ich. Hm. Ich glaube nicht, dass du hier nachforschen kannst, ohne... Vielleicht haben wir noch... Nicht zu verärgern. Hier hinten ist auch noch was. Vielleicht haben wir hier noch was gekommen. Vielleicht haben wir hier noch was gekommen. Ey, das ist ihr Büro. Da waren wir noch gar nicht drin in dem Büro. Ja. Dienstbotenquartier. Also ich würde behaupten, dass ich die Tafeln untersucht habe, ist schon Teil der Nachforschung. Kann sein. Ritus der Dornen, der liegt übrigens da. Ah. Auf dem Tisch. Ja. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonninchen. Willst du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke. Begut. Ja. very gut! Bye!